Hallo Leute, willkommen zurück zu der Letzten bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Im letzten Part haben wir das New Story erreicht und ja, untersuchen ist hier gerade ein bisschen das geheime Versteck von Professor Chaos sozusagen. Und das Problem ist, sie uns versperrt hier die Lava den Weg und ich schätze mal, dass wir da nicht so ohne weiteres, ja verbündet und nicht freigeschaltet, nicht so ohne weiteres drüber kommen. Achso, ich kann hier einfach noch rechts. Achso, okay. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Verbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Es ist Callgirl. Das stimmt mit dem italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrecher-Syndikat. Wer zum Henker ist das? Ich hab keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstagramm? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangster-Familien vereint. Okay, cool. Danke. Tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier. Nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaub, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spaß für'n Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scrabbles finden, okay? Das Callgirl. Das ist wieder einer von den Lakaien vom... Uh, das ist ein super... Das ist ein Job. Hallo, ich möchte was kaufen. Ein Gehör-Disruptor. Ach, sieben Dollar kostet der. Zehn-kritischer Treffer. Naja. Naja. Da ist ja eigentlich nichts Besonderes. Hier, da. Boah, das ist sau teuer. Das stell ich lieber selber her. Wiederbelegungssehung ist auch sau teuer. Das stell ich alles lieber selber her. Sau teuer. Mal schauen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ja, davon könnte ich wieder ein paar gebrauchen. Aber grad zwingend noch nicht. Hab ich irgendwas zum Verkaufen? Oh, den hab ich noch gar nicht angeschaut, glaub ich. Den hab ich doch noch gar nicht ausprobiert, oder? Kann das sein? Da hab ich immer noch nichts Neues. Verdammt. Ah, eins Gesundheit mehr. 42 Rückstoßschaden mehr. 42%. Und 7% Erholung weniger bei Ultimative Kraft. Ja. Tja. Was ist mir lieber? Eine Gesundheit mehr, weißt auf die scheiß ich. Aber 42 Rückstoß-Komboschaden. Oder sie... Eigentlich ist es selbstreden. Komm nicht mehr, das. Und sonst ist da eigentlich nichts dabei, was irgendwie ansatzweise interessant wär. Okay. Verbessertes Gegengift. Sehr schön. Okay. Hier muss es doch... Wie komm ich da hoch? Wie komm ich an die Kiste? Kann ich hier irgendwas zum Einsturz bringen? Nee. Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sackgasse. Eine Superkraft, die hier mit dem Kompressor funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Hör dich, Kuhn. Wie komm ich an die... Hier, nimm das... Kiss? Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Oh, danke. Danke. Schon erledigt. Oh. Das sollte man eigentlich für was anderes ernehmen. Okay. Einmal rein damit... Weil klettern könnt ihr alle nicht, weil ihr seid behindert. Okay. Oh, da haben wir noch was. Was ist hier? Sehr schön. Äh. Desaster. Nein, der General höchstpersönlich. Vorsicht, rote Haare. Hast du dir was, Professor Chaos, für diese Stadt platt? Hey, du und Batas übertreibt da ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Kante, pass auf. Lakaim, vámonos. Besiege, General-Desaster. Seid schon wieder ein Mexikaner an seiner Seite. Meine Wahl, Kuhn, Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Hahaha. Verneig dich vor dem... Auf den Rotschopf. Er hat ohne Ende Lakaim. Immer auf die Rotschöpfe, ne? Platz für den Kuhn. So. Danke fürs Rumstehen wie ein Regen-Scheinwerfer. Sehr gut. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos? Ich wollte grad... Halt, Junge. So. Bitteschön. Geil. Du musst dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen. Wenigstens hab ich nen Dad. Hahaha. Der war mies. Okay, ja. Ich würde gerne General-Desaster ein bisschen umknocken damit. Dann ist es eigentlich so am logischsten. Weil General-Desaster blutet da noch gleich. Du haust dir echt voll auf die Kacke. Hm. Mach sie platt, Chaos Lakaim. Alter, wie viele Leute hat der? Äh, machen wir mal hier Zeitstopp. So. Und dann hier noch ein bisschen Schaden. Sehr schön. Der Wind der Gerechtigkeit. Okay. Okay, okay, okay. So weit reicht es nicht. Nee, so weit reicht es nicht. Dann machen wir einfach für dir schön Schaden. Oh yeah. Oh yeah. Weg da. Weg da. Oh oh, ich hab Kartmann auszusehen wieder auf das Feld platziert. Mikro Aggression, schlag ihn. Gar nicht gut. Ich hab Kartmann auf das Feld positioniert. Au. Hast du das gesehen, Meister? Ja. Oh je. Oh je. Dann mal los. Todesschrauber. So, bitteschön. Ein Lakaim weniger. Nur noch 843 übrig. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Kartmann steht auf so einem Lava-Feld. Das ist gar nicht gut. Hauen wir rein. Hättest du mich damit nicht runterhauen können? Ich hab nichts dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Und, bitteschön. Auf den Rotshopp. Er hat ohne Ende Lakaim. So. So. Die Welt wird ein Chaos sein und Lava soll die Erde besitzen. Achso, der brennt dann nur. Mehr ist das nicht? Der brennt dann nur? Achso. Das ist des Kürbels, ihr Bastarde. Achso. Machen wir es so. Oh yeah, perfekter Angriff. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. So, und jetzt kommt nämlich Toolshed. Das ist das Gute. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakain. Mechalakain? Alter. Los, Mechalakain, vámonos. Achso. Achso, Schluss jetzt. Alter. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. Laserbohrer. Warum hat die Musik aufgehört? Hora, die Laserverschiebsten sind total plausibel und cool. Warum hat die Musik aufgehört? Okay, auf einmal hat die Musik aufgehört. Aber jetzt sind wir wieder Assassine und meucheln sie nieder. Und ich bin unsichtbar. Wohlgemerkt. Ähm, braucht hier irgendjemand Heilung? Ja, der Kuhn vielleicht. Sehr gut. Ja, zu Recht. So. Jawohl, es reicht noch. So, und ich hole den General damit ein bisschen näher zu mir. Sehr schön. Toolship. Alter, wie viele hat der? Ich glaube, ich muss einfach mal den General besiegen. Da machen wir es so, dann heilen wir uns so ein bisschen mit Toolship. Ups. So, und ich will nicht brennen. Oh yeah, das gibt wieder ordentlich Schaden. Sehr gut. In der nächsten Runde ist er down. Achtung, alles Gute kommt von oben. Boah, Lava. Die ich gerade irgendwie keinen interessiert. So, machen wir einfach mal hier ein Schild drauf. Danke, Mann. Einfach, weil wir es können. So, Moment. Ich will nicht, dass du im Blut stirbst. Ich will dich einfach unboxen. Auf den Rotschopf. Er hat ohne Ende Lakaien. Der ist down. Falls ich die da noch besiegen muss. Oh, okay. Diabolische Innschrift. Und das, der rothaarige Sinn. Oh. Sehr schön. Das war... Ich glaub, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig? Oh mein Gott, Super Craig! Super Craig, halt durch! Scheiße, ohne Kompressor krieg ich die Lava nicht weg. Halt durch. Wir finden was, wo wir Toolship Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig. Wir werden dich retten. Mach was, Toolship. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt. Schon vergessen? Schon okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig. Wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn. Aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein! Mein Leben zieht an mir vorbei. Wege die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich nen Scheiß-Kompressor! Oh nein! Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Ich hab ne Idee. Hier, das Umschmeißen. Geht nicht. Der L2-Gedrückten verwendet, um die Lava zu markieren. Verdammt! Ich glaube, ich hab ne Idee. Wir müssen es mit unserem Arsch wegblasen. Was machst du da? Ist dir klar, was für ne Furzkraft man dafür bräuchte? Das macht sein Arschloch? Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Schreibt euch da aus. Ich versuche, Super Craig zu stabilisieren. Alter. Au, fuck! Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war ne Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Super Craig, du hast viel abgekriegt. Geht ihr? Ich stabilisiere ihn weiter. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team, Vollarsch. Verbündete Kraft freigeschalten. Yeah, der Sandblaster. Wir können jetzt nicht die Lava entfernen. So muss es sein. Komm mit mir, Wunder Arsch. Das würde... Ja, genau. Erstmal wollen wir den Rothaarring hier noch ein bisschen verklippen. Autsch! Erstmal Artefakte hier. Wir haben ja neue Artefakte. Ich schaue jedes Mal aufs Neue nach. Aber ich habe dafür kein neues. Okay. Äh, hier. Das hier, diabolische Inschrift. Das ist... Ja, Müll. Diabolische Inschrift, das ist... Ja, das ist... Müll. Braue ich nicht. Dieses Rothaarigen-Gen ist halt auch dann... Ah, komm schon! Könnt ihr mir nicht mal irgendwas Geiles geben für Muskeln? Irgendwie, keine Ahnung. Muskeln und Bewegung hoch. Das wäre doch mal voll geil. Aber ich habe tatsächlich sonst nichts Brauchbares. Es ist dumm. Ich habe sonst nichts Brauchbares. General Disaster? Bist du da? Nein. General Disaster? Nein. Sie sind alle verbrannt, oder? Äh, willst du mal kurz ein Selfie machen? Scheiße! Yeah, will er. Yeah, neuer Follower. Stan Marsh. Sehr schön. Entspann dich, Super Craig. Mir geht's gut. Verpass' ihn noch ein paar. Der rammt ihm da wirklich eine Nadel mitten ins Herz. Äh. Ja, aber ich brauche dich mal. Toolshed. Toolshed, hab was du brauchst. Und ich hab, was du brauchst. Gelächter, hab was du brauchst. Alter. Geschafft! Alter! Ich sag dir, mir geht's gut. So zapp. Ich weiß nichts von irgendwelchen Katzen. Stich ihn, Mosquito. Nein, ich weiß wirklich nichts. Der wird schon reden. Au. Hanno, das ist super nervig. Das Stechen geht weiter bis du singst, Disaster. Wo sind die Katzen? Ich bin echt enttäuscht von dir. Ich wähl ihn weiter. Mit ein paar knackigen Kurzen mit ins Gesicht. Okay. Human Kite geht da hoch. Und warum? Kann ich... Ne, da kann ich nicht entlang... Ach, der... Okay, okay. Warte mal. Der geht da hoch. Und was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Okay. 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 Achso, dann komm ich hier wieder raus. Okay. Sehr gut. Dann klettern wir jetzt einfach mal hoch und gehen einfach mal Human Kite hinterher. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Fortschur-Action zu machen. Vergesst es, Ordnungsfanatiker. Hier ist Chaoszone. Und stell den da mal ruhig. Der ist super nervig. Ja. Bin schon dabei. Hey, was ist da unten los? Ihr werdet für alle Schäden haftbar gemacht. Ja, ja. Oh, das sieht nicht richtig aus. Warum? Oh, ich glaube, ich habe das falsch eingesetzt. Ich habe jetzt den Zeitfurz eingesetzt. Ups. Nein. Das war der falsche Furz. Die falsche Luft ist meinem Darm entwichen. Hey. So. Okay, hoch da. Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Ähm. Äh. Da oben. Wir müssen einen Weg darauf finden. Und mit wir meine ich dich. Erst mal hier die Lava weg, würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Beste, was ich machen kann. Die Lava weg. So, steck mir was in mein Arschloch rein. Yeah. Alter. Alter. Okay. So. Ah. Wir sind startklar. Also rauf da. Ah. Sehr schön. Was haben wir hier? Fernglas. Lakai des Monats. Uh. Und. Und. Ohne. Okay. Von hier oben kann man alles sehen. Ohne. Alter. Das ist. Oh boy. So. Dann müssen wir hier rüber. Oh. Da hinten. Da hinten liegt was. Das sehe ich doch. Verbessertes Gegengift. Schön. Sehr schön. Äh. So. Ne. Ich muss da runter. Okay. Aber ich kann hier auch nicht weiter. Nein. Okay. Da hinten ist. Hier lang, Schnucki. Da ist wieder Wendy. Ich meine. Call, girl. Oh yeah. Besser gesagt. Dein Freund. Freund. Oh. Sie ist mal eine andere Frequenz. Yeah. Okay. Dann mal weiter. Vollarsch. Okay. Ich würde mal sagen. Meine Freunde. Beim nächsten Mal. Wenn wir. Call, girl. Weiter folgen. Und. Ah. Es ist schön. Dass wir jetzt endlich die Lava beseitigen können. Das hilft uns schon mal sehr. Und dann können wir nämlich beim nächsten Mal. Wenn die Nacht vorbei sein sollte. Wohlgemerkt. Äh. Besser gesagt. Wenn der Tag wieder anbricht. Können wir sehr sehr viel in South Park. Erkunden. Also gut Leute. Das war dein Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Für. Heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.